Here we go. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Müller und ich beantworte 30 Tage lang, das ist unsere Challenge, 30 Tage lang jeden Tag eine Frage von euch. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, Facebook-Gruppe, die da heißt Personal Branding mit Norman Müller. Dort einfach einloggen, Frage stellen und dann schauen wir, dass wir die hier noch in die 30 Tage reinkriegen. Mal gucken, ob ich länger mache. Mal gucken, ob ich überhaupt durchhalte. Okay, ich habe mich dem gestellt, also heißt das jetzt hier Vollgas. Jan hat gefragt, Jan war übrigens der Erste, der die Frage gestellt hat oder der, der die erste Frage für die Challenge gestellt hat, so rum. Und er schreibt, warum ist Personal Branding wichtig? Es gibt Jim, die sagen, wenn du dich selbstständig machen willst, dann fang einfach an, es zu tun. Der Rest kommt von ganz allein. Dann heißt es wieder, du musst dich erst einmal richtig positionieren, bevor du loslegen kannst. Beide Seiten haben viele Fans. Was also sagt der Markenrebell dazu? Was er sagt, hört ihr gleich. Kurze Unterbrechung und dann geht's los hier. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller Ja, erstmal vielen Dank, Jan, für deine Frage. Ich finde es eine sehr wichtige Frage und ich will ja auch gleich einsteigen, euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Also, was hat Jan gesagt? Auf der einen Seite haben wir die Stimmen, die da sagen, bau erstmal eine Strategie. Also überleg dir eine Positionierung, wie soll das Ganze aussehen und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite haben wir die, die sagen, hey, ist erstmal völlig wurscht, wie das aussieht. Jetzt fang einfach an. Und ich fühle mich auf beiden Seiten zu Hause, interessanterweise. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, ist eines richtiges, anderes falsch. Im Gegenteil. Eigentlich müsste man so einen Merch machen. Also man müsste beide Seiten zusammenbringen und zusammen klar im Kopf kriegen, dass es viel wichtiger ist, anzufangen. Aber das, was du anfängst, einfach auch geil ist. Das ist wichtig. Es muss wirklich Qualität haben. Und mit Qualität meine ich, weißt du, wenn du, ein super einfaches Beispiel, wenn wir das einfach mal transformieren. Wenn du zu Hause so ein Wochenende, so ein Schlunz-Wochenende hast, wo du einfach nur Couch und so weiter und du willst gar nicht raus, draußen regnet, es ist irgendwie kalt und so weiter. Du willst da gar nicht mehr. Was ziehst du dir da an? Du suchst dir den geilsten Pulli der Welt, der so einen Schlabberlook hat, so einen richtig langen, wo man sich einfach nur so verkriechen kann. Dann hast du irgendeine bequeme Hose vielleicht an oder ganz im Bademantel oder völlig egal. Also da ist das völlig egal. Aber sobald du raus musst vor die Tür und wenn es zum Einkaufen ist, wirst du auf dieses Outfit verzichten. Und das ist der Game Changer in unserem Kopf. Frage dich, ob das, was du nach außen gibst, die Qualität hat, die es aus deiner Sicht haben muss, damit es da draußen angenommen werden kann. Weil das Ganze funktioniert wie ein Geschenk. Wenn die Geschenkverpackung oder nehmen wir auch Produktverpackung, nehmen wir die von Apple, wenn die nicht geil sind, dann willst du auch den Inhalt nicht haben. Der erste Eindruck zählt und das ist immer wieder das Gleiche. Das muss nach außen wirklich super professionell sein. Wenn du keine professionelle Website hast, nehmen wir mal so ein ganz einfaches Beispiel, Basic, keine professionelle Website. Ja, was glaubst du, wie deine Community oder die Leute, die vielleicht deinen Podcast hören, die deine Videos gesehen haben, wie das da drüben ankommt? Wen wirst du anziehen? Welche Kunden wirst du gewinnen? Das sind wahrscheinlich nicht die, die sagen, ich würde gerne einen höheren Geldbetrag ausgeben, sondern die werden einfach sagen, ich rufe da mal an und frage, ob ich vielleicht so einen 80% Rabatt bekomme. So, und das ist maßgeblich dafür, wie verlässt du das Haus? Bist du im Schlabberlok unterwegs oder hast du dir wirklich einen Style geschaffen, wo du sagen kannst, okay, das sieht geil aus, es behindert mich aber nicht. Das heißt, die Marke zu bauen, behindert mich nicht, mein Business zu machen. Ja, früher waren das aufwendige Markenentwicklungsprozesse. Da ist keiner in die Öffentlichkeit gegangen, niemand in die Öffentlichkeit gegangen, wenn nicht bis ins kleinste Detail dokumentiert wurde, wie die Marke auszusehen hat. Also erst, wenn der Styleguide fertig war, erst dann ging man entsprechend raus. Die Zeiten sind vorbei. Ich würde immer versuchen, so ein MVP zu bauen, also Minimal Variable Product zu bauen. Das heißt, einen funktionsfähigen Prototypen. Also, wenn ihr eine Website haben wollt, dann erstmal einen One-Pager und nicht komplett das Ding aufbauen. Das braucht einfach unfassbar viel Zeit. Überlegt euch, und das ist auch das Schöne, versucht in der Reduktion euch zu überlegen, was möchte ich auf dieser einen einzigen Seite, was möchte ich da kommunizieren? Und dann seid ihr voll im Fokus, dann seid ihr voll auf dieser einen Seite unterwegs und versucht nicht, die 35. Untermenü-Ebene zu strukturieren. Also, damit würde ich anfangen. Und ich würde dem ganzen Thema Marke und Branding und Unternehmensaufbau, dem würde ich einfach Raum geben, zu wachsen. Also, dass Dinge dazukommen können, dass Dinge sich verändern können. Das muss noch nicht das 100% finale Logo sein, was ihr in die dritte Generation vererben könnt. Am Anfang muss es einfach nur professionell gemacht sein. Deswegen, wenn man von Grafikdesign keine Ahnung hat, sich wirklich einen Grafikdesigner zu suchen oder Designerin zu suchen und das wirklich bauen zu lassen, also von Profis bauen zu lassen. Und das muss jetzt nicht das große Template-Werk, also dieses Storyboard für eine komplexe Website sein, sondern wie gesagt, der One-Pager, ein tolles Logo, ein cooles Podcast-Cover, wenn ihr wollt oder ein cooles Intro für euren Film. Fertig. Und damit könnt ihr erstmal in die Kommunikation gehen. Dasselbe für zum Beispiel Visitenkarten. Gibt es ja auch noch. Liebe ich wirklich. Also, eine Karte in der Hand zu haben, ist so, dass eine der wenigen gedruckten Elemente der Markenkommunikation, die es in meinen Augen verdient haben, auf Papier gepresst zu werden. Also, wenn ihr eine Visitenkarte haben wollt, macht eine geile Karte. Also, alles, was eure Marke unterstreicht. Und wenn ihr da rein investieren wollt und könnt, dann macht es wirklich mega gut. Also, das ist einfach so der Impuls, den ich euch mitgeben möchte, auf Qualität zu achten und euch auch einzugestehen und zu sagen, okay, das kann ich einfach nicht. Da hole ich mir Hilfe. Man sieht einfach, ob du die Website selbst gestrickt hast oder jemanden beauftragt hast, wie dein Sohn, deine Tochter, eine Website anzulegen und die leider nichts von Grafikdesign verstehen und dann da auf der Basis ein Unternehmen aufbauen zu wollen. Also, macht es euch nicht zu schwer in Form von, verstrickt euch nicht lang in irgendwelchen Strategieprozessen. Das ist genauso falsch, wie im Schlabberlook vor die Tür zu gehen. Also, versucht einen Mittelweg zu finden und lieber am Anfang wenige Kommunikationsmaßnahmen, aber dafür mega gut. Mega gut, dass der Betrachter oder Besucher eurer Website sieht und spürt, spürt vor allem. Es ist Emotion, Marke ist Emotion. Immer wieder vor Augen halten. Es ist ein Markenerlebnis. Wenn ihr über ein Erlebnis sprecht, denkt ihr sofort an Urlaub, Strand, war schön warm, es war Freizeit. Das sind alles so emotionale Momente, Dinge, die ihr nicht wieder vergesst, weil es einfach so nah bei euch war, eure ganzen Emotionen, eure ganzen Sinne einfach getoucht hat. Das wird man jetzt mit einer digitalen Marke nicht unbedingt hinkriegen, aber denkt an das Markenerlebnis. Und wenn das Markenerlebnis geschaffen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Leute sich an euch erinnern und zurückkommen, wieder zurück auf eure Website schauen und schauen, was sich da getan hat. Eine kurze Unterbrechung an dieser Stelle. Eigener Sache. Und ich freue mich wirklich riesig, denn ab sofort kannst du dich in die Personal Branding Masterclass einschreiben. Diese Masterclass richtet sich ganz speziell an Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich eine Eigenmarke, also eine Personal Brand aufbauen und mit einem residualen Einkommen, viele sagen auch passiven Einkommen, ihr Business skalieren wollen. Ich habe ein 9-Wochen-Programm entwickelt. In diesen 9 Wochen gehe ich jedem einzelnen Teilnehmer einmal die Woche so richtig auf die Nerven. Das heißt, es wird Einzel-Mentorings mit mir geben. Wir werden Live-Webinare zum Thema Podcasting haben, beispielsweise. Wir werden Arbeitsunterlagen und Checklisten haben, Ratgeber als E-Books. Es wird eine VIP-Facebook-Gruppe geben. Es gibt ein oder mehrere Masterclass-Online-Meetings. Bei mir ist einfach wichtig, dass die Leute, die in der Masterclass drin sind, quasi eine Peergroup bilden und dass ihr euch untereinander helfen könnt. Das ist extrem wichtig für uns Unternehmer, dass wir so eine Gemeinschaft haben, in der wir wachsen können. Wenn euch das Thema interessiert, geht bitte ins Internet unter markenrebell.de slash personal minus branding minus Masterclass. Den Link findet ihr natürlich auch wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und jetzt geht es weiter hier. Viel Spaß. Diese Sogwirkung wollen wir bauen. Und diese Sogwirkung kriegen wir weder mit komplexen Strategien hin, noch mit schlechten und Schlabberlook-Design. Mit einer schlecht geführten Marke. Das ist extrem wichtig. Ich habe immer in meiner ganzen beruflichen Laufbahn, sobald ich verstanden habe, dass Qualität gewinnt, habe ich immer darauf geachtet und da auch jede Menge Energie reingesetzt und auch Geld zugegeben. Aber mir war immer wichtig, dass die Qualität am Ende gewinnt. Das war immer Vorrang. Nicht die Komplexität, also nicht alles fertig machen wollen und sagen, ich gebe mir jetzt mal ein halbes Jahr, sondern wirklich zu sagen, ich mache die wesentlichen Dinge, die ich jetzt im Moment brauche. Dieses im Hier und Jetzt Leben kann ich wunderbar wie eine Schablone über mein Unternehmen legen und sagen, was werde ich in den nächsten Wochen brauchen. Wenn ihr mit Investoren sprechen wollt, dann brauche ich ein geil designtes Pitch Deck, dann brauche ich eine geile Marke, dann brauche ich was wirklich Leckeres, wo der auf der anderen Seite sagt, hey, wo warst du in den letzten Monaten? Schön, dass wir uns heute kennenlernen. Das ist super wichtig. Oder wenn ihr die Visitenkarte einem Investor in die Hand drückt oder einem potenziellen Kunden in die Hand drückt, dass dieses in der Hand behalten der Karte, das stelle ich mal wieder fest. Ich habe es schon mal erwähnt, ich habe so eine schwarze durchgefärbte Visitenkarte, da steht nur meine Telefonnummer drauf, auf der anderen Seite das Logo fertig. Kein Name, keine Adresse, nichts. Und die Telefonnummer ist so klein geschrieben, dass du es, ich kann es kaum lesen. Und die Leute haben die Visitenkarte während des Gesprächs die ganze Zeit in der Hand und rätseln und sagen, hey, was mache ich damit? Und dann kommt die Frage, warum steht da kein Name drauf? Und ich erkläre den Leuten immer wieder, wenn du dich an dieses Gespräch nicht erinnerst und diese Visitenkarte nicht in deinem Kopf sofort meinen Namen assoziiert, dann hat dieses Gespräch einfach nie stattgefunden. Dann hat das auch nicht den Wert und wir werden auch nicht ins Geschäft kommen. Und dann ist das eine ganz natürliche Auslese. Entweder es matcht zwischen zwei Menschen und sie finden sich sympathisch und sie finden vor allem auch Vertrauen. Dann funktioniert es am Ende auch mit der gemeinsamen Arbeit, mit der Zusammenarbeit oder eben nicht und dann ist das eben nicht auch, dann soll das halt einfach auch nicht sein. Und weil ich gerade über das Thema Vertrauen spreche, das Vertrauen, dass ihr wirklich einen Nutzen anbietet, professionelle Inhalte oder eine professionelle Dienstleistung oder ein professionelles Produkt, das alles assoziiere ich mit Qualität in der Markenführung. All das assoziiere ich, geht euch sicher genauso. Surft mal durchs Internet, ihr sucht irgendwas, irgendein Supplement oder irgendein Produkt wollt ihr kaufen oder irgendeine Dienstleistung, sondern jetzt stolpert ihr über eine Website, die irgendwie so krumm und schief und irgendwie funktioniert die auf dem Handy nicht wirklich. Wollt ihr da wirklich bestellen? Wollt ihr da wirklich kaufen? Wollt ihr wirklich diese Dienstleistung auf dieser Website in Anspruch nehmen? Ja, wohl eher nicht. Also wenn das jetzt nicht eine ganz klare Empfehlung eurer besten Freundin oder eures besten Freundes ist, dann werdet ihr da nicht anrufen. Wenn das eine Eigenrecherche ist, weil ihr nachts 23 Uhr noch irgendwas googelt und jemanden sucht für euer Problem, für euer Thema, dann wird euch so eine Seite nicht ansprechen und dann werdet ihr nicht kaufen. Ganz einfach. Lieber, und das wirklich weniger mehr, wirklich Konzentration auf dieses wenige Elemente und nicht verhaspeln und durcheinander bringen lassen von zu vielen Maßnahmen. Im Auge behalten, dass die irgendwann mal gebraucht werden, völlig klar. Auch im Auge behalten, wenn die Einzel- oder Erstmaßnahmen entwickelt werden, ist es immer gut, dieser ganzheitliche Blick, der spart einem langfristig Geld. Also Beispiel, wenn ihr sagt, okay, ich brauche erst mal nur einen One-Pager, ihr aber sagt, okay, ich hätte sogar das Invest für eine Mobile-App, ist aber noch zu früh, dann kann man jetzt schon darüber nachdenken, ob zum Beispiel das Logo der Website auch in so einer Kleinstanwendung für so eine Mobile-App funktioniert. Also jetzt nur mal ein Beispiel. Also das meine ich mit ganzheitlich vorausschauend schon denken, aber nicht fertig entwickeln, um in den Markt zu gehen, sondern erst mal wirklich zu testen, was wollen die Leute euch wirklich aktiv interessieren und das ist im operativen Doing, also wirklich fertig machen, rausschicken, E-Mail, zehn E-Mails rausschicken und sagen, ey, wie findest du das? Kannst du mir Feedback geben? Kommt kein Feedback, muss ich darüber nachdenken, ob ich den Text anders formuliere, ob ich das Produkt anders kreiere oder was auch immer. Also schnell in diese Feedbacks zu kommen, anstatt stupide über Wochen, über Monate lang Strategien zu pauken. Das ist übrigens auch in der Masterclass, in der Personal Branding Masterclass ein großes Thema, dass wir während des Strategieprozesses schon ins Doing gehen. Wir werden sofort testen, wir werden sofort rausgehen, wir werden ins kalte Wasser springen, wir werden unsere Community fragen, was der Bedarf ist, ob das Produkt oder die Dienstleistung, die wir anbieten, tatsächlich relevant ist, was die Weiterentwicklung der Produkte angeht und so weiter und so fort. Also so schnell wie möglich in den Markt gehen und gerade diese Anfangsdynamik, diese Agilität, die wir haben, diese Begeisterung, diese Euphorie mitnehmen. Wenn ihr euch Ziele setzt und das höre ich leider immer wieder und viel zu oft, wenn ihr euch Ziele setzt und sagt, wir wollen das in drei Monaten machen, wir wollen das in einem halben Jahr machen, ich habe gerade so viele andere Baustellen. Mag sein, dass die Zeit dafür noch nicht reif ist, aber je länger ihr das Ganze rausschiebt und je mehr Raum ihr auch dem Entwicklungsprozess gebt, desto länger dauert das natürlich. Ihr kennt das selber, wenn ihr euch kleine Zeitfenster setzt und sagt, okay, ich will diesen Text schreiben und ich will den in drei Stunden fertig haben, weil ich muss den in vier Stunden abgeben, dann habt ihr den Text fertig. Wenn ihr sagt, oh, ich habe jetzt ein halbes Jahr Zeit für den Text, ja, dann passiert erst mal fünf Monate und zwei Wochen gar nichts und dann geht es erst los. Also kurze Zeiträume, immer so punktuell mit einem Laser messerscharf überlegen, ist es das, was ich gerade wirklich brauche und dann so schnell wie möglich aktiv werden im Markt und interagieren mit der Zielgruppe. Das ist das große Thema. Aber nochmal auf die Frage von Jan zurückzukommen, weil es ist echt eine sehr wichtige Frage. Weder das eine Extrem noch das andere Extrem ist richtig, sondern die Wahrheit liegt in der Mitte. Ja, also nicht verkopfen in komplexen Strategien und auf der anderen Seite diesen Schlabberlook zu Hause lassen und so gut es geht, ja, es entwickelt sich immer weiter, es wird immer besser. Ihr werdet nie den Standard in zehn Jahren jetzt schon heute haben, deswegen heißt er auch Standard in zehn Jahren, sondern ihr werdet das beste Ergebnis mit euren finanziellen und zeitlichen Mitteln und Ressourcen schaffen, den ihr schaffen könnt, aber legt Wert darauf, mit Profis zu arbeiten, die müssen nicht immer teuer sein, also da bitte nicht zurückschrecken lassen, sondern pitcht das Ganze, schreibt das vielleicht an zwei, drei aus, entscheidet euch für euren Sympathieträger, der das auch noch gut bewältigt hat, die Aufgabe, und dann gebt das ganze Thema in den Markt und schaut, dass ihr so schnell wie möglich Feedback bekommt. Also das wäre meine Antwort auf diese Frage, ich hoffe, Jan, das war zufriedenstellend, wenn nicht, bitte, bitte, in der Facebook-Gruppe in die Kommentare schreiben, dann mache ich, setze ich hier gerne nochmal einen drauf. So, hier nochmal der Aufruf, gerne unsere Facebook-Gruppe Personal Branding mit Norman Müller, so heißt die Gruppe, eure Frage einstellen und ich schaue, dass ich das in diese 30-Tage-Challenge noch mit reinkriege. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, nur das Beste für euch und bis bald. Ciao. Bis zum nächsten Mal.